Ich geh aufs Schiff. Ich bin ein Kapitän. Dann komm ich aufs Schiff. Ahoi. Brause. Du wolltest ja aufs Schiff gehen. Die beiden fahren. Ja, ich geh doch hier hin. Und er dreht auch ab. Ach, leck mich doch. Was soll das denn? Ey, deswegen. Ima zeigen. Ey, ich seh nichts. Spalschen, geh weg. Ist hier irgendwas drinnen gewesen vorne? Auf blau? Oh, Gott. Nee, nee. Ich bin mir aber auch nicht gesehen. Kilo. Ich find's. Ein 10-0. Und der A ist extra. Ja, auch schon. M4 hier. In der Nebenhall ist aber was. Ja, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Komm. Mit. Das warst du halt? Ich hab was. Ja. Da liegt doch jemand so. Schau. Und er noch. Oh. Äh, nächster läuft an von hinten. Grün. ich mache ja da war ich schon drinnen ja aber ich wusste nicht ob sie noch in der ecke eine haupt oder irgendwas übrig an ich meine ich meine dass dann ich stimme aber ich weiß nicht ich würde ja noch mal irgendwas zu heilen nehmen das ist ja jetzt auch aber immerhin müssen wir haben wir ganz haben wir es ganz nah also spielen aber ich kenne viele die das halt nicht spielen lieber zwei schuss mehr drauf haben ich weiß gar nicht oder und diese zwei schuss haben mir schon öfter den arsch gerettet habe ich mich jetzt auch gerade gefragt wer der backseat gamed gerade wer ist denn das das ist jen das ist jen ja die zwischendurch ach Tom dass von dieser was kommt ist das so klar hier ist noch auto dreht sie bei uns später hinterher kommt es ja schlecht nach wie vor schlecht bis bullshit jenny auch ich brauche bei mir ist eigentlich egal bei mir machen die zwei kunden wirklich nichts aus ist da einfach ehrlich bleiben das stimmt nur gerade mit euch ist es so ein bisschen ein gut mal gut das bringt sonst so viel spaß mit euch doch unabhängig davon was trifft aber dann fühle ich mich auch was möchtest du uns denn jetzt sagen ich fühle das dann immer so ihr seid einfach zu gut für mich aber es bringt der spaß ja es liegt schon ich sehe da schon wieder kommen da hinten ist einer bahn 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 ich bin immer begeistert da ist er ja du bist es was ready vielen 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 lieben dank für den gestützt haben und ich finde ich hab auf tier 3 dankeschön ach du ja bei da schon wirklich mitnehmen ach du dreck ich habe es und seid ihr bei mir rein weiter wirklich ich habe auch keine steppe ich habe auch keine steppe ah man eigen keine keine soundss jetzt bei mir ist noch einer Herr Baum ich mache auch ab der zwei frei sind zwei Seiner hier runter auf Hier am Stein ist einer Ah, die haben zwei Hier runter Habt ihr die von denen Ja, alle nett Und hier der Doktor Und hier Die hätten ja immer richtig viel hier Haben die? Nicht, ne Er hat immer gar nichts Habst du gar nicht mehr mit Rexy? Ich hab fünf Verbände Ich hab was für dich Danke sehr Wenn ihr mit dem Auto reinfließt Danke sehr Die fahren mit Auto? Habt ihr gehört? Ja, das glaub ich am schnellsten Und am sichersten Habt ihr die Heilung von denen mitgenommen? Warte mal, ich geb dir noch mal einen packen Ja, lager, ich lass das mal fahren Okay Die müssen auch auf der Stelle auch noch nicht Warte mal Baten glauben schon wieder die an den schicks ich kann noch zwei kommen für die einnehmen hieß mir schießen hin die fahnen das haben die das gar nicht gestalt dass wir hier aus der lucht können wir schießen ich habe so einen blöden bein gefahren wie hält er zwei baulschüsse aus ich weiß nicht ob ich den richtig getroffen habe da ist noch was gegenüber ja ist er wo er ist ich bin hinter einem stein wenn er gerade da war da ist noch eine smoke da rechts da ist noch da ist noch da meine markierung seiner gelaufen gerade links rüber da jetzt weiß nicht ob er es war ja müsste er gewesen sein der hat den solo da gekillt aber ist halt auch nur ja rechts oben ich habe keine smoke die haben einen stein gewesen da ist der tauben den wir brauchen ich habe keinen heimkennuss mehr ahm bam bam hast du genug heilung äh ja habe ich leider ich brauche heim und beste von ihm wenn das nicht schon gut gemacht ist ähm ich habe auf die ich habe links geschossen body extra ne 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 das ist ich hätte einfach sorge dass er dich sonst flasht das wollte ich mir nicht antun ah ok was gut Thomas schlatschen wow wie Speck wie die 90er leckt mich an hier beiden ganz ehrlich ich würde noch ein extended hier sind noch extendeds bei mir hier was go trifft waffen jemand von euch heilung ja komm ich habe jetzt vier Koffer ich glaube zwei ich habe sechs Koffer ja dann nehme ich meine zwei ich trappe hier auch noch zwei ne ich nehme einen noch weg das ging hier drei was ich habe zwei ich habe jetzt zwei Koffer noch ich habe jetzt zwei Koffer noch du musst dich immer noch im Discord hoch ich bin so leiser bei mir äh gehen wir rechts rum äh gehen wir rechts rum und hier ist gelootet und hier ist gelootet und hier ist gelootet und hier ist gelootet kein weg und auch oder wir spielen da ich komme jetzt zurück ich habe noch ein bisschen gelootet also ich weiß nicht ob das das Nachbarhaus habe ich nicht ähm Ja, ja, aber es kommt auf jeden Fall noch was aus Paradise-Richtung. Die müssen rein. Ja, die Klochen. 3 AG. Jetzt kommen wir auf ein Team. Das ist nicht das Team, das ist noch ein anderes. Ein anderes Team oben. Anderes Team. Ihr habt nie geschossen. Ja, der guckt gerade nicht auf gelb. Torben? Hier? Oder machst du gerade nicht? Dann kriegst du gar einen zweiten Engel auf. Ja, dann geh mal auf gelb, bitte gucken. Ich hab leider immer noch keine... nichts in View momentan. Blau, einer noch. Schön. Ich hab jetzt hier zwei noch. Ja. Oh, ne, immer noch bis oben. Grün, grün, grün. Aua, ne. Okay. Ich glaub, die sind alle dead. Ja. Und ein Linkser war nur noch bei mir von Blaumarker. Dann muss immer noch er und sein Maid sein. Okay. Wobei, der ist tot, ne? Ja, der gehört doch hier gerade. Da sind doch alle gestorben. Dritten zusammen. Aber der gehört doch nicht zu denen. Ja doch. Der eine gehört da nicht zu denen, den wir gekürt hatten. Hier sind noch Booster drin. Ich hatte Angst, dass Torben grad schon mir dann über der Rangel irgendwie gepflegt macht. Das sah auch da gar nicht so aus. Wow. Was? Was? Die Idee war ja super. Mach ich ja auch nicht. Ich würde hier unten spielen, ob auf diese Seite gehen. Ja. Ja. Ich komm zurück. Äh, die sind sogar ganz da hinten. Achtet nicht auf meinen Marker, seitdem ich das auf dem Mausrad hab, ist das einfach so ätzend. Ja, ich hab's auch auf dem Mausrad. Ich hab' da gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, lass mal das Hostie direkt vor uns anlaufen. Ah, da läuft, jetzt ist da einer drinnen bei grün. Ah, da läuft, jetzt ist da einer drinnen bei grün. Grün, orange ist da einer drinnen. Mhm. Oh, er piekt aus dem Fenster. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das sind zwei Stück. Einer ist jetzt hier am Baum, Torben. Der hat zwei Hits gekriegt, der am Torben. Der ist jetzt da. Ich hab' nur einen gesehen. Der ist jetzt hier zweiter. Einer ist anderer und einer weiß ich nicht, wer das ist. Ich hab' nur einen gesehen. Im Solo. Da ist noch einer rechts außen an der Mauer. Lolo weg. Nur noch die beiden, ne? Ja. 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 Ich hab' noch zwei noch extra. Ja. Ja, ich könnte sagen, wir pushen. Ich bin der hier nochmal rein. Der andere ist noch rechts außen. Okay, ich hab' ihn da reingelassen. Oh, GG. GG. Oh, jetzt fühle ich. Das hab' ich gefühlt. Das ist gefühlt. Voll. 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 So, wie man das nur fühlen kann. Vielleicht 1000? 1000? Nein. GG. Rüber. Rüber. Kann doch nicht sein. Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt können wir für die, die gewartet haben, dass wir eine vernünftige Runde machen ins Bett, oder? Ja.